Herzlich willkommen zum heutigen Microsoft 365 Tipp. In der heutigen Session geht es darum, dass wir im Compliance Center mit den sogenannten Audit Logs arbeiten. Wie Sie die Audit Logs einrichten bzw. einschalten und dann damit arbeiten können, das werden wir gleich in dieser Session miteinander besprechen. Ich befinde mich im Microsoft 365 Admin Center und Sie finden das Compliance Center ganz einfach, wenn Sie hier auf Show All klicken. Sie navigieren nach unten und Sie wählen hier Compliance aus. Dann startet ein neues Register und Sie sind im Microsoft 365 Compliance Center. Das habe ich bereits vorbereitet. Wenn Sie in diesem Compliance Center sind, dann navigieren Sie nach unten zu Audit. Und wenn Sie auf Audit klicken, dann wird Ihnen wahrscheinlich genau so etwas angezeigt. Start Recording User and Admin Activity. Das heisst, Sie müssen die Audit Funktionalität zuerst einschalten. Das habe ich bereits gemacht. Wenn ich jetzt den Browser aktualisiere, dann wird diese Meldung nicht mehr da sein. Und Sie sehen, ich kann jetzt direkt mit den Audit Logs arbeiten. Das Portal muss noch aufgebaut werden und jetzt kann ich die Suche starten. Ich habe da ein Print Screen gemacht, um Ihnen das nochmals zu zeigen. Es kann also gut und gerne sein, dass Sie so etwas antreffen, dass Sie zuerst auf diese blaue Schaltfläche klicken müssen, damit die Audit Logs eingeschaltet werden. Ich muss Ihnen sagen, manchmal funktioniert das nicht. Das heisst, Sie klicken auf die Schaltfläche und es passiert einfach nichts. Es kann auch sein, dass es bis zu einer Stunde dauert, bis diese Audit Logs funktionieren, bis die Funktion eingeschaltet ist. Ich möchte Ihnen den Weg zeigen mit der PowerShell, wie Sie das mit der PowerShell einschalten können. Und dazu habe ich ein kleines Skript vorbereitet. Zuerst einmal Linie 1 und 2. Die räumen den blauen Bildschirm und dann etwas auf. Dann brauchen wir eine Verbindung zu Exchange Online. Damit wir diese Verbindung aufbauen können, brauchen wir die notwendigen Module. Setzen Sie den Cursor auf die Zeile 5 und installieren Sie das Modul mit dem Namen Exchange Online Management. Install-Module, dann der Name ist eben wie bereits erwähnt. Minus verbose bedeutet, dass Sie unter dem blauen Bildschirm etwas sehen. Minus allow Clover, dass bestehende Commandlets überschrieben werden können. Und Minus force, damit Sie keine Fragen beantworten müssen. Dann erstellen wir eine Variable mit den Anmeldeinformationen. GetCredential. Es erscheint ein Pop-up. Sie geben Benutzernamen und Passwort an. Und zwar brauchen Sie einen Benutzernamen und Passwort mit den Rechten, dass Sie sich in Exchange Online anmelden können. Dann verbinden Sie sich mit Exchange Online mit der Zeile 11. Connect minus Exchange Online, Abstand minus Credential. Und Sie geben die Credentials mit in Form der Variablen. Dann prüfen wir, ob das Ganze funktioniert hat mit GetMailbox. Und jetzt sollten die Mailboxen aufgelistet werden. Und in der Tat, wir sehen die verschiedenen Mailboxen von meinem Tenant. Jetzt können wir zuerst einmal überprüfen, ob die Auditing-Funktion eingeschaltet ist für meine Organisation. Mit GetAdminAuditLogConfig. Wir lenken das Resultat um in eine formatierte Liste. FL steht für Formatierte Liste. Und wir suchen Unified Audit Log Ingestion Enabled. Der Cursor blinkt auf der Zeile 17. Führe diese aus und Sie sehen, in meinem Tenant ist das aktiviert. Wenn Sie jetzt das mit der PowerShell aktivieren wollen, verwenden Sie set AdminAuditLogConfig. Abstand minus Unified Audit Log Ingestion Enabled Dollar True. Wenn Sie das gemacht haben, können Sie direkt wieder, entweder mit der Zeile 17 oder mit der Zeile 26, sind beides die gleichen Zeilen, können Sie den Status wieder überprüfen. Also mit der Zeile 26 prüfen wir den Status und Sie sehen, da kommt True zurück, ist ja logisch. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gezeigt, dass es eingeschaltet ist. Sollten Sie diese Funktion ausschalten wollen, verwenden Sie die Zeile 23, Set AdminAuditLogConfig Abstand minus Unified AuditLog Ingestion Enabled und dann am Schluss einfach ein Dollar False. Dann wird diese Funktion wieder ausgeschaltet. Übrigens, dieses kleine PowerShell-Skript, das finden Sie auf GitHub. Ich werde Ihnen schnell zeigen, wo Sie das finden. GitHub.com Dann geben Sie am besten ein Slash Tom Wechsler und dann navigieren Sie zu den Repositories, und zwar zum Repository Microsoft 365 und dann in diesem Repository werde ich Ihnen dieses PowerShell-Skript zur Verfügung stellen. Beziehungsweise es ist schon hier in diesem Repository, es heisst Enable AuditLog. Gut, was können wir denn mit den AuditLogs machen? Sehr, sehr viel. Selbstverständlich. Nicht nur sehr viel, sondern wir können die Aktivitäten von unserem Tenant untersuchen. Und dazu gibt es wirklich sehr viel zu untersuchen. Zuerst einmal bei den Activities. Da können Sie die Activities aufliessen, beziehungsweise sogar suchen. Und Sie sehen, es gibt da so viel zu untersuchen, es würde einfach den Rahmen sprengen, um alles anzuzeigen. Aber geben wir mal beim Suchfeld, geben wir mal PASS ein. Aha. Reset User Password. Changed User Password. Set Password Policy. Das sind einige Untersuchungen, die Sie starten können, mit den ersten paar Buchstaben, wo beginnt PASS. Also beispielsweise eben um Password. Oder wenn ich Admin eingebe, dann erhalte ich Added Site Collection Admin, Removed Site Collection Admin oder Added Allowed Data Location. Sie sehen, es ist wirklich sehr detailliert, was Sie suchen können. Um Ihnen einmal einen Einblick zu geben, klicke ich jetzt einfach auf Search und jetzt wird gesucht und zwar spezifisch in diesem Zeitraum. Vom 28. August bis und mit 4. September. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum, 28. August, das ist das Datum, welches ich Audit Logs eingeschaltet habe. Das heisst, ich kann nicht untersuchen, was vorher war. Darum ist es sehr empfehlenswert, wenn Sie einen neuen Tenant anlegen, dass Sie diese Funktion so schnell wie möglich anlegen, damit Sie auch die entsprechenden Informationen untersuchen können. Und jetzt sehen Sie, jetzt werden 150 Items angezeigt. Aber das ist bei weitem nicht alles. Wenn ich jetzt nämlich nach unten navigiere, bis ganz an den Schluss dieser Ausgabe, dann erhalte ich die nächsten Resultate. Sehen Sie, jetzt sind es 300 Items. Also immer wenn Sie ganz nach unten navigieren, wird dann die Zahl erhöht, wenn es noch eben mehr Informationen gibt. Und jetzt sehen Sie einmal, wie detailliert diese Audit Logs sind. Ich sehe zum Beispiel User Loged In von der IP-Adresse 31.10.169.113. Dann geht es weiter unten. Was war da noch? Aha, da war der Fred Jonas im Einsatz. Accessed Mailbox Item. Also diese Audit Logs, die liefern wirklich sehr detaillierte Informationen. Sie können auch nach File, Folder oder Site suchen. Sie können hier entsprechend die Angaben angeben. Sie können nach Users suchen. Also ich glaube, Sie haben die Idee erhalten, wie hilfreich die Audit Logs sein können. Sie haben gesehen, wie Sie die Audit Logs einschalten können mit der PowerShell oder eben auch mit dem Portal, wenn es dann funktioniert. Und wie Sie dann in den Audit Logs entsprechende Informationen suchen können. Wenn Sie die Audit Logs aufbewahren wollen, kurz ein Hinweis dazu. Sie können hier mit Audit Retention Policies arbeiten. Sie können eine neue Aufbewahrungsrichtlinie erstellen. Sie geben einen Namen an, eine Beschreibung. Und dann können Sie die Zeit auswählen. Und in meinem Fall, ich arbeite mit Microsoft 365 E5. Darum stehen wir da bis zu 10 Jahren zur Verfügung. Also das ein Zusatz. Falls Sie die Audit Logs aufbewahren wollen, erstellen Sie eine neue Aufbewahrungsrichtlinie. falls wir uns aufbewahren wollen, erstellen Sie die Audit Logs auf dem garantiert. Vielen Dank.